. Wo habt ihr die denn her? Ich mag die ja nicht. Die Bulls. Du hörst dich ja beinahe an wie ein Verbrecher. Also ich lass mich von dir nicht rumkommandieren wie Alissa. Ich habe deine Teste entführt. Dann noch mal. Was ist? Wenn dein Vater das Geld nicht in drei Tagen auftreibt, tüte ich dich. Dein Vater ist genauso ein mieser Verbrecher wie ich. Ich will nicht mit Verbrechern arbeiten. Ich hole die Bullen. Mann, spring mal über deinen Schatten, wenn du sie retten willst. Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017